Nietzsche wurde von den Engländern als Ferienort entdeckt. Heute tummeln sich Touristen aus der ganzen Welt vor allem an der Strandpomenade. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich sehe nichts gegen die Sonne. Ich sehe nichts gegen die Sonne. Ich sehe nichts gegen die Sonne. Ich sehe nichts gegen die Sonne.